Tür 21 von dem Adventskalender von meinem Freund. Hier darf ich jetzt aufmachen. Weißt du eigentlich noch, was du da reingemacht hast? Nee, gar nicht mehr. Aber ist das was von Apple? Weiß ich nicht. Vielleicht. Muss du auch. Wie, vielleicht? Hast du was bei Apple gekauft oder hast du nichts bei Apple gekauft? Keine Ahnung. Wir sind übrigens beide super krank, deswegen schreibt mal in die Comics, was gegen Husten hilft. Okay, hier ist nur eine Sache. Oh mein Gott, ich weiß wieder, was es ist. Ja? Ja, es ist sowas richtig cool. Du wirst dich sehr freuen. Denkst du? Aber ich habe mich immer alles gefreut. Oh Leute, ich habe es nicht aufbekommen, weil das hier alles mit Paketband zugeschlebt ist. Ja, du hast ja nur zwei Meter breites Paketband und bin in der Wohnung. Ja, du weißt, ich habe einfach kein Tee, deshalb sind deine Geschenke. Aber sei dankbar, warte bitte. Ich bin dankbar, ich bin dankbar. Leute, ihr habt mitbekommen, ich bin wegen allem. Ich war sogar wegen der Mandarine dankbar. Ich bin wegen allem dankbar. Ich bin überhaupt froh, dass du mir das überhaupt gemacht hast. Aber dass das schimmelt, hat dir nicht so gefallen. Ja, irgendwas stinkt da. Hast du es heute gerochen? Nee. Leute, er lügt. Vorne ist ein Raum reingelaufen und da meinst du, es stinkt. Ja, es stinkt immer bei dir. Das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. Oh mein Gott, Linus. Es ist einfach eine Dior Handcreme. Danke.